Hi, unser Projekt heißt Inspirerung. Und unser Ziel ist es, einen Raum zu kreieren, in dem man seine eigene Kunst ausstellen kann. Man drückt quasi auf einen Stand drauf und kann entweder seine eigene Kunst vorstellen oder sich Kreationen anschauen. Die ganze Webseite erstellen wir auf HTML. In Corona kann man ja nicht rausgehen und Bilder in Museen oder sonst wo anschauen, deshalb könnte man das digital machen oder auch einfach nur als Zeitvertreib nutzen. So könnten unsere Maps aussehen. Es sollen so Marktplätze darstellen. Die Bilder haben Liora und ich auf einem iPad erstellt. Für das Design dachten wir an Stände, die man selbst gestalten kann. Also wenn man auf einen Stand drauf geht, kommt man in einem Raum an. Man kann sich immer einen Stand aussuchen oder zu einem beliebigen Stand gehen. In diesem Raum hat man eine Ausstellung. Seinen eigenen Raum kann man auch selber gestalten. Und das Bild wird von seinem eigenen Stand auch selber hergestellt. Also wie schon gesagt, wurde unser Programm mit HTML entwickelt und ist grundsätzlich eigentlich nicht sehr kompliziert. Wir benutzten sogenannte Area Maps, um bestimmte Bereiche interaktiver zu machen. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben, damit man das sehen kann. Also, hier sehen wir den Marktplatz, den wir vorhin auch gesehen haben. Wenn man nun auf einen der Stände drauf drückt, wird man auf die nächste Seite weitergeleitet, wo man sich dann das Ausgestellte ansehen kann. Wenn man damit fertig ist, kann man mit diesem Pfeil hier auch wieder zurück auf den Marktplatz kommen. Das war es dann eigentlich auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.